Fernsehmachen ist genau das, was dich immer schon fasziniert? Mach mit beim Bodensee-TV. Herzlich willkommen, liebes Publikum, bei Ihrem Bodensee-TV-Kreuzlingen. Ich darf heute zum zweiten Mal den Naturfilmer aus dem Thurgau, Rudi Plattner, bei uns im Studio begrüßen. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist und herzlich willkommen. Du bist das zweite Mal inzwischen schon bei uns. Das erste Mal war es letztes Jahr im Zusammenhang mit eurer Premiere mit dem Leon Vogel zusammen. Animals, das war der Film, der damals in die Kinos gekommen ist. Heute wollen wir mit dir zusammen in die atemberaubenden Wildnisse dieser Erde dich hinein begleiten. Denn das sind die Orte deines Wirkens. Waren und sind es noch, richtig? So ist es. Und seit wann bist du Naturfilmer? Wie ist es zu dieser Berufung gekommen? Und wohin hat dich diese Berufung geführt? Ich mache das 43 Jahre. Oder ich weiß, Schweizerdeutsch ist alles besser. Und ich war in allen Kontinenten, ausser der Australie, aber alle vier anderen Kontinente. Die Motivation ist von meinem Vater gekommen. Das war ein Mann, der die Natur in der einheimischen Welt, im Baselbiet, wo ich herkomme, sehr gut gekannt hat. Und das hat mich dann offen fasziniert, schon als Junge. Und später habe ich dann den Weg eingeschlagen. Du hast einen Trailer zusammengestellt, wo man einen kleinen Querschnitt deiner ganzen Reisen mit anschauen kann. Den wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen und uns darüber dann im Einzelnen darüber austauschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wow, das sind ja wirklich starke Impressionen und ein toller Zusammenschnitt. Jetzt, welche waren die Highlights und war es etwas Besonderes? Was sind deine Highlights, ganz persönlichen? Es gibt schon mehr als ein Highlight. Eins von den ersten waren 1982 in Rwanda, Berggorillas. Das Highlight war Galapagos, noch älter, 1980. Und das letzte Highlight, ein von den schönsten Filmen, den ich erleben durfte, war in Brasilien, im Pantanal, im Land der Jaguare. Das war 2017. Wenn man Jaguar hört, dann denkt man, das könnte gefährlich sein. Gab es jemals, im Zusammenhang mit dem Jaguar oder auch mit anderen Situationen, irgendwo brenzlige Momente, wo du wirklich echt Angst um dein Leben haben hättest, haben können? Eigentlich nie Angst, weil ich habe ursprünglich Maschinenzeichner gelernt und dann Biologie mit dem Filmen zusammen aufgebaut. Ich hatte Vorbilder von meiner Zeit, Prof. Cimeck, Heinz Seilmann nach der alten Schule. Und durch die biologische Kenntnis von den Tieren, die die Leute als gefährlich empfinden, hat man nicht Angst, sondern den Respekt. Wenn ich Angst habe, kann ich ja gar nicht mehr filmen, dann renne ich ja davon, oder? Hat man denn das immer so im Griff? Schon ein bisschen, ja. Also man weiss schon ein bisschen, wie, welche Distanz und wo wird es gefährlich. Und wenn man dann die Distanz überschreitet, dann kann es gefährlich werden. Also hast du darauf geachtet, das stets einzuhalten? Ja, im Allgemeinen schon, ja. Kann man das? Ist das immer einkalkulierbar? Gut. Gab es einschlagend verändernde Erlebnisse während deiner Reisen? Ich denke, 1982, der Film über Berggorillas, hat nachher mein Leben, ein paar Jahre, zwei, drei Jahre später, dann total verändert. Darf ich fragen, warum? Möchtest du das ein bisschen schildern? Da bin ich am Glauben an Jesus Christus gekommen, den Schöpfer. Schöpfer der ganzen Tier- und Pflanzenwelt, der Natur. Einfach durch die Schönheit der ... Ja, die Gorillen haben dann gewisse Kanäle geöffnet, wo ich mit solchen Leuten in Kontakt kam. Und so hat sich das dann Schritt für Schritt ergeben damals. Was ist deine Motivation, jeweils auf eine solche Pirsch zu gehen? Das ist noch schwierig. Da gibt es verschiedene Motivationen. Das erste ist zum Beispiel ein seltenes Tier. Das ist etwas, das du nicht so allgemein gut findest, wenn du sie suchst. Sagen wir jetzt gewisse Tigger, Indien, oder eben Jaguar, damals auch Bär-Gorillas und so weiter. Aber auch die Spannung, wenn ich ein seltenes Tier filme und nicht gerade finde, tagelang suchst, vielleicht in einem tropischen Land, ist es sehr heiss, schwitze und plötzlich hast du das Tier gefordert, das ist dann wow, das Erlebnis. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Also es hat jetzt den ganzen Kampf und das ganze Suchen gelohnt. Und klappt das immer? Im Allgemeinen schon. Es gibt zwei, drei Sachen, wo ich halt nochmal hin müssen in das betreffende Gebiet. Gab es irgendwann mal auch Flops, in Anführungsstrichen, wo es dann wirklich nicht geklappt hat? Eigentlich nicht, nein. Hat man auch eine Spur Glück dazu brauchen? Ja, ich bereite die Reise sehr gut vorbereiten. Wenn ich so ein Ziel habe, dann bereite ich ein Jahr, zwei, drei, je nachdem so in Detail vorbereiten, die besten Wildhüter, die einfach wissen, wo findest du vielleicht das Tier. Und so hast du eigentlich immer eine gute Situation. Eigentlich darf ich noch sagen, eigentlich habe ich oft mehr gefunden, als ich träumte. Oh, das ist schön. Also war das überraschend. Und hast du es immer auch einfangen können? Warst du immer präpariert? Es gibt zwei, drei Sachen, wo ich dann eine Szene nicht einfangen konnte, aber dann ist auch eine andere, die noch besser ist. Worauf muss man überhaupt achten? Ja, wie meinst du, achten? Um wirklich bereit zu sein, immer den jeweiligen Situationen, weil Tiere kann man ja nicht regiemässig führen. Richtig. Und das hat mit der Kenntnis der biologischen Verhaltensweise vom betreffenden Tier zu tun. Ich muss Tier, hat ja auch eine Art wie eine Sprache in der Bewegung, in der Mimik, die muss ich lesen können. Und jetzt merke ich, jetzt könnte etwas passieren in der Richtung. Also muss ich dann auch bereit sein mit der Kamera. Das heisst, es ist eine enorme Vorarbeit zu leisten. Ja, ja. Das heisst, man muss sich mit dem Tier und mit der Spezie von dem Tiere genau auseinandersetzen und dann dich entsprechend dem Verhalten einstimmen. Und das ist schon eine grosse Hilfe, wenn du uns ein bisschen lesen kannst, was jetzt jemand kommen kann. Ich meine, das ist ja nicht ein Foto. Wenn jetzt, sagen wir mal, eine Loi-Foule im Schatellit ist ein Foto schön, aber ich möchte, dass es ein bisschen Bewegung ist. Aha, jetzt steht er dann auf und läuft irgendwo her. Und dann läufst du hinterher? Also dann filmst du von der Welt, wo du bist, und je nachdem gehst du ein bisschen hinterher, hoffst, dass etwas passiert. Du hast ja jetzt über 40 Jahre Erfahrung. Bist du da nie müde geworden? Und gibt es neue Projekte, die du schon anvisiert hast? Müde nie, nein. Das kannst du machen, bis du nicht magst. Aber jetzt habe ich ein neues Projekt, Mitte Juli bis August, eine Filme in Tansania auf Einladung von einem Forschungsprojekt, einem biologischen Forschungsprojekt, über die Hüene. Das ist in Tansania, Afrika, in der Serengeti, wo wir in einem kleinen privaten Camp wohnen und wo die dann forschen. Und dann soll ich einen Film machen über ihre Forschungsarbeit, oder? Warum Hyänen? Warum haben die gerade ausgerechnet Hyänen als Forschungsprojekt irgendwo? Das weiss ich nicht im Detail. Hier lasse ich mich ein bisschen überraschend. Was weisst du schon über Hyänen? Was wir jetzt auch wissen müssen? Hyänen sind ja so, das sind ja Tiere, ein Rudeldier, wo ein Weibchen, ein starkes Alpha-Weibchen führt. Nicht ein Männchen. Gegenüber vielen anderen Tieren, wo es umgekehrt ist. Und was gibt es sonst noch irgendwie Besonderes jetzt? Was wollt ihr da konkret erforschen? Was ist deine Aufgabe konkret? Also einfach ihre Arbeit filmen. Ich habe dann auch zwei, drei Interviews, wo sie ein bisschen erzählen, was sie machen. Und die Hyänen sind speziell interessant. Viele denken, das ist ein Ass zu fressen. Das stimmt eben nicht ganz. 50 bis 60 Prozent von Hyänen selber jagen. Das sind sehr gute Jäger im Rudel. Oder sie stehen bei, zum Beispiel den Leuten, wenn sie eine Überzahl haben, auch ein Stück der Beute. Das gibt ja brutale Kämpfe. Und haben eigentlich ein gutes Sozialsystem in ihrer Art. Wohnen in Erdhöhlen. Und wohin führt dich da deine Reise? Wo halten die Hyänen sich auf? Die sind in der Savanne, in der Serengeti. Da werden wir... Wow, dort führen... Ich nehme mal die Hennen in Beobachtung, gewisse Familie, schon länger in Beobachtung, als man dann immer wieder dort hinfährt. Was unterscheiden eigentlich deine Dokumentationen von den anderen? Das ist speziell, als ich es so probiere zu filmen, und dass ich die Leute mitnehme. Nicht einfach nur eine Theorie oder eine wissenschaftliche Abhaltung. Da lassen die Leute nicht lang zu. Du musst gar nicht so viel erzählen in einem Film, sondern Bilder lassen. Hoffentlich gut, die Bilder zu drehen. Und ich versuche, die Leute mitzunehmen. Das habe ich schon x-mal erlebt. Im Live-Vortrag, im Publikum. Ich meinte, ich bin dabei gewesen. So kommt dann oft die Reaktion. Du hast mal gesagt, dass andere Dokumentationen zum Teil auch in Anführungsstrichen gefakt sind. Sehr viele, ja. Und das versuchst du gar nicht zu machen? Gar nicht. Ich will auch nicht elektronisch oder technisch filmen. Auf drei, vier Kilometer eine ferngestürte Kamera oder an einem Baumfestbund. Ich will alles, was ich filme, mit diesen zwei Augen auch sehe. Das ist die Spannung. Das andere ist gut für die Forschung, für die Wissenschaft, wenn sie auf die Stanz etwas beobachten können. Also ist es nichts Schlimmes, wenn auch mal eine Dokumentation in Anführungsstrichen gefakt ist? Das ist nicht gefakt, sondern fake ist etwas anderes. Es ist gelogen, beschissen, der Ehrenkodex von der Filme verletzt, wenn man in Freigehege filmt und unter keinen Untertitel hinschreibt, bei denen in der Szene die wurden da und da gefilmt, sondern verkauft den Film als Wildlife, als in Wildnis gefilmt. Und du bist wirklich der Wildlife-Dokumentation. Es gibt schon noch ein paar andere, aber vor allem die Bekannten, gerade die von der BBC. Da weiss ich Geschichten von Biologen, die in den Urwäldern forschen, die haben gesagt, mit euch schaffe ich nicht mehr zusammen, wenn das so läuft. Wirklich beschissen und das Tier zum Monster darstellen oder gefährlicher, als sie darstellen. Einfach um? Es gibt einen deutschen Tierfilmer, ich sage den Namen auch nicht, die, die es müssen wissen, wissen es. Der hat Wölfe im ehemaligen DDR-Gebiet wollen filmen und für das haben sie Haschkis, also Hunde, die sehr ähnlich wie ein Wolf aussehen, die können mir noch ein bisschen schminken, hat mir das so gefilmt und dann so verkauft und das ist dann eben rausgekommen. Also solche Tricks laufen. Also das heisst, wir müssen, wenn wir uns eine Dokumentation anschauen, wirklich auch manchmal sich bewusst sein, es könnte sich um eine... Für den Laien ist das oft nicht feststellbar. Nur der, der Gebiet oder die Tier kennt, das und das haben sie sicher nicht in der Witness gefilmt, das glaube ich nicht, oder und so weiter. Und meistens bestätigt sich das dann nachher auch. Es ist sicherlich auch bequemer, das andere, oder? Es geht nur noch um eins, wo so... Kommerziell. Ein Tierfilmer muss mit Herz arbeiten. Er muss die Liebe zum Tier und die den Leuten, die es schauen, bringen. Und nicht einfach, dass man groß rauskommt, sich selber noch zum Starr machen. Der Starr muss eigentlich das Tier sein, in einem Tierfilm, oder? Stimmt's? Ja, das stimmt. Das ist doch so. Und wie nah bist du bis jetzt an die Tiere rangekommen, ausser mit dem Teleobjektiv? Ja, da kommst du an gewissen Tieren sehen nach. Also per Gorilla's hautnah. Es kann sein, dass es so ein Tier neben dir am Boden sitzt, den Meter neben dir anfrisst. Grosskatzenläuhe, wenn du im Landruf bist, auf einen Meter, dann kann sie so aufs Dach liegen. Und das ist nicht gefährlich? Nein. Keine Angst? Keine Angst. Beute greift dich an, wenn du in einem Fahrzeug bist. Wenn du zu Fuss bist, das ist eine andere Regel. Dort zählt die Fluchtdistanz. Bei den Leuten etwa 16 bis 20 Meter, so noch kannst du zu Fuss einen Leuten und dann wird das Leben gefährlich. Wow, das ist interessant. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Wieso ist es mit Elefanten? Hast du auch mal eine Elefantenherde richtig nahe? Ja, Elefanten können ja mit Jungtieren auch sehr gefährlich sein, dass es eine Leitkuh gibt es sogar einen Schauangriff. Das ist gefürchtig. Sie macht die Ohren auf und trompetet. Aber, was würde ich sagen, 10 Meter, 5 bis 10 Meter kannst du manchmal hinfahren, aber dann musst du den Motor vom Land Rover laufen lassen, damit man starten kann, wenn es etwas gibt. Aber du hast wirklich noch nie irgendwo lebensgefährliche Situationen erlebt? Nein. Ist das Glück gewesen? Nein, wir haben ein falsches Bild von vielen Spielfilmen. Ich bringe zum Beispiel bekannt ist damals der Weisse Hai. Oder dann das Spielfilme King Kong, Gorilla. Da macht man Tiere zu Monstern und das geht dem Volk in die Hirne. Dabei sind die Tiere oft eben nicht so gefährlich. Also muss man auch nicht wegen dem, die erste Frage, eine der ersten Fragen, die gestellt ist, ich darf nicht Angst haben, ich muss nicht Angst haben, aber ich muss Respekt und Kenntnis haben. Das reicht. Wenn jetzt jemand, der jetzt zuhört, Lust hätte, auch ein Naturfilmer zu werden, was würdest du den Interessierten mit auf den Weg geben? Also wenn ich mich jetzt fragen, mit mir ein Gespräch suchen, dann höre ich uns im Gespräch schon, ist du dir nötige Liebe und das nötige Interesse für das Tier filmen? Du. Und nicht nur, ich will ein bekannter Tier, filmen werden. Das ist grundlagisch falsch. Das ist ganz lieb, dass du uns das mal mit hineingenommen hast. Und jetzt abschließend, erst mal bedanke ich mich ganz herzlich, dass du gekommen bist, auch deine Kamera mitgenommen hast und uns ein Stück weit mit hineingenommen hast, was es bedeutet, in die Wildnisse und auch wirklich in dieses Wilde hineinzugeben, ohne dass es etwas Gekünsteltes ist. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie wieder mit dabei waren und wir hoffen, dass auch Sie bald wieder bei BTV zu begrüßen sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, untertitelung im Auftrag des ZDF, von der ZDF für 30.000.